Stehst du auf den Gesichtsausdruck, den jemand macht, wenn er dir vollkommen vertraut hat und du ihm einfach hintergangen hast? Kennst du diesen Gesichtsausdruck von einem Chef, wenn du seine Firmengeheimnisse einfach an eine andere Firma verkauft hast und ihm nichts davon erzählt hast? Weißt du, wie dein Hund dich anguckt, wenn du mit der Katze kuschelst? Das, meine lieben Freunde, ist ein Verräter. Wolltest du schon immer diese Gesichtsausdrücke der vollkommenen Verzweiflung genießen? Dann werde ein Verräter, wie er im Bilderbuch steht. Verrate jeden alles und jeden.